Die Haltung, das habe ich euch ja vorhin nähergebracht, die Haltung, dass ich das Leben bejahe, dass ich nicht permanent verstimmt bin, nur in einer gehobenen Gestimmtheit kann ich mich verändern. Der Verstimmte hat so viel Kraft, Energie verlost, der wird sich nicht verändern. Die gehobene Gestimmtheit, ich bin ja alles, was mir begegnet, ich bin dafür und ich bin traurig. Ich bin dafür und ich bin traurig. Das ist erstmal die Grundstimmung, weil der Verstimmte wird auch nicht freundlich sein können. Aber wenn ich die Haltung habe, ich bin für alles und die Situation ist mein Coach und ich habe Luft nach oben in Richtung, ich bin freundlich, dann habe ich das bei allen Klienten gesehen, dass die gesagt haben, mein Gott, das macht mir wirklich Spaß und dass sie mich auch wirklich da streng leiten und auch sagen, was haben sie denn jeden Abend aufgeschrieben. Das habe ich am Anfang gesagt, wir halten die Leute, die Sachen, die wir uns vornehmen, nicht durch, weil wir nicht bewusst sind. Wir sind gar nicht da. Und dann macht es uns wieder, dann denkt es uns wieder, dann quatscht es uns wieder. Und dann kommt es uns wieder, dann kommt es uns wieder so aus dann kommt es uns wieder, dann kommt es uns wieder, dann kommt es uns wieder und dann kommt es uns wieder FEMAle zuенноer. Und dann sind wir hier das ganze Zeit vor dabei, wahrscheinlichедиht man mit einem vielen, vielen Dank in meinem Herzen. Und ich weiß nicht, dass du es zu uns mal Juice und drinnen, wenn es mit einem Hoteln ist, dann trotzdem das corporatoren wird, das包 elite ist bei uns wiederköniglich household.